Ich bin in zwölf Banken in sieben Staaten eingebrochen. Ich habe circa neun Millionen Dollar in Cash. Und niemand weiß, wer ich bin. Federal Bureau of Investigation. Ich möchte mich stellen. Ich will einen Deal. Und wie soll der aussehen? Ich gebe sämtliches Geld zurück. Und die Strafe wird dafür reduziert. Es ist wichtig. Und was macht es so wichtig? Ich habe eine Frau kennengelernt. Ich möchte zusammen mit ihr alt werden. Mich aber nicht schuldig fühlen oder lügen. Special Agent Hall. Das ist Special Agent Nivens. Wo ist die Beute? Dieser Schweinehund lügt nicht. Das ist ne Gelegenheit, die man nur einmal kriegt. Dann los. Oh, oh, hey. Ich stelle mich freiwillig. FBI, aufmachen! Was hat das... Sein richtiger Name ist Thomas James Dolan, Ex-Marine, Sprengstoff-Experte. Ich wollte dir davon erzählen, ich breche nicht mehr in Banken ein. Die Anklage wegen Mordes an einem von ihnen, die wird dazu führen, dass sie mich suchen. Wenn sie so weit gehen, einen Agent zu töten, was werden sie dann erst mit dir und mir machen? Meine Freundin. Sie hatte nichts damit zu tun. Agent Nivens. Ich werde sie mir holen. Tue, was du nicht lassen kannst. Aber zu wissen, wie man Zeug in die Luft jagt, das ist ziemlich cool. Nivens. Ich will meine Unschuld beweisen. Deswegen brauche ich ein Geständnis von ihm. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Ja. Fürs Geständnis bereit? Fürs Geständnis. Fürs Geständnis. Fürs Geständnis.